und willkommen zurück bei meinem let's play von pokémon weiß edition 2 so und wie ihr wisst war ich letztes mal gefangen also ich konnte einfach nicht dieses behinderte pokémon hier fangen ja genau mein voltil am und als ich es offscreen machte auch da ging es etwa noch 15 minuten bis ich es hatte aber naja auf jeden fall habe ich es jetzt und das heißt ich kann weitermachen also gut jetzt sollte ich glaube ich hier durch können ok geht immer noch nicht dann muss ich mal zurück ok das hat sich nicht gelohnt für die zehn exp jetzt muss ich kurz überlegen wo ich hin sollte ok die helfen mir nicht weiter dann werde ich einfach mal mit jedem reden jup dankeschön ok hier kommen sowieso sieht kein einziger typ helfen leid und hier ist okay da passiert nichts okay dann im moment da geht es gar nicht rein dann werde ich einfach mal wieder zu dieser farm wenn ich nur wisst was der hier sagen würde ich habe ja jetzt mal eine medaille bekommen für irgendetwas ja naja wäre nicht nötig gewesen aber danke ja hier hat es gar nichts man das kann ja nicht sein so da werde ich eben mal kurz in die vorherige stadt zurückgehen also ja vielleicht gibt es dort ja etwas neues ja woran wäre ich ja 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 okay okay ich habe das gefühl jetzt könnte ich durch mal sehen mein gott so komm schon lass mich durch mein gott gut ja Mann die erst aufs geschafft so um wie echt ist ja etwas mein Haus mein gott ich muss nicht heilen okay vielleicht ist da etwas Okay, eine Arena oder was? Ja, muss was da sein. Ist das Sharon? Nee. Ich weiß gar nicht, ob der vorkommt. Naja. Okay, ich mach's ein bisschen epischer. Okay, nee, nichts, nichts. Hm, ich hätte vielleicht mein Ampfer ein bisschen besser trainieren sollen. Naja, das geht auch so, hoffentlich. Okay, nee, auf keinen Fall. Um, das. Okay, nee, 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 nee So, komm schon. Ich hoffe, das reicht. Nein, so ein Mist. Scheisse. Geht doch. Dankeschön. Ähm. Darf ich mal fragen, wieso die Namen der Pokémon jetzt plötzlich auf Japanisch sind? Die waren sonst immer auf Englisch. Naja, egal. Nein, Mist. Falsche Attacke. Ah, scheisse. Naja. Falsche Attacke kann jeden Mal passieren. Ähm, ja. So, und du darfst jetzt mal kämpfen. Okay, das sieht immer noch nach gut aus. Naja, okay. So, perfekt. Perfekt. Und jetzt. Okay, nee, nichts jetzt. Zurück gehen, um zu heilen. Dann kurz mein Amphi 2 Level höher bringen. Danach den Arena Leiter erledigen. So, und am besten trainieren kann ich im Moment bei der Farm. Ah, Mist. Oh, Mist. keeps los da werden wir jetzt ein paar pokémon besiegen natürlich natürlich kommt jetzt ein voltil am jetzt wird keins brauchen das passt perfekt oh mein gott hat mich zufälligerweise ein parahein das verstehe ich habe jetzt echt nicht wieso sind die namen in japan ich habe ich vorhin nicht geachtet bei dem voltil am ob sie in japanisch arbeiten nicht ich habe das gefühl es nur bei den bei diesen hünder abnahmen vergessen naja egal so mal sehen der namen ist in japanisch komisch ganz ehrlich sehr komisch aber mein gott aber das kann ja noch lange dauern warum waren noch länger vielleicht gibt es ja mehr schaden ja nicht viel aber es gibt mehr schaden ähm cotton spore das ist dieses paar keine ahnung aber ich habe es 40 mal das heißt es ist nichts gutes naja wen kümmerts und ganz ehrlich ich will gar nicht trainieren ich schaffe die arena auch so war ein bisschen zeitvergeudung abo egal wir werden doch alles nachholen auf a wo oh wo 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 Perfekt. Kann ich ihn so ansprechen? Nee, kann er nicht. Ja, bla bla bla. Doch, eben. Das ist Charon. Er hat einfach keine Brille an. Okay, Multilamp. Du weisst, für was sie trainiert haben. Okay. Okay. Ah, Mist. Dann muss ich fast nochmal das einsetzen. Ah, komm schon. Sei keine Pussy. Oh, oops. Oh, nice. Yeah. Nope. Okay. 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 So. Okay. Ja, Bella, was willst du? Rückkehr, okay. Hi, Cheryl. Und was hat er jetzt gemacht? Und was hat die jetzt gemacht? Hä? Naja, keine Ahnung. Warte mal einen Moment. Und diese heißt Bianca? Naja, egal, spielt doch keine Rolle. Oh, sieh mal, mein Vivale. Okay, der ist wütend. Er will unbedingt den Orten. Und was ist das jetzt? Ich habe das Gefühl, das ist das Uhrenzeug. Oh, ich... Äh? Alter, verarscht mich nicht. Oh, Moment. Ich habe immer B gedrückt, dann schon A. Okay. Und jetzt? Ist meine Poppum geheilt? Ne, sind sie nicht... Mein Gott, wieso heilt die niemand? Und... So. Gut so. So, und jetzt, meine liebe Leute, ich muss euch leider mitteilen, das war's von diesem Part. Und ja, ich weiß, ein bisschen Zeitvergeudung habe ich hier geleistet mit dem Trainieren, was man nicht richtig trainieren nennen kann. Aber okay. Es war wenigstens etwas, und zwar der erste Arena-Kampf. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, und bis zum nächsten Part dann. Bis dann.